So, dürfen wir Monster oder nicht? Wir dürfen Monster und dann werden wir den Kraken wählen und ihr habt euch gestern zumindest den Gold-Skin gewünscht. Dann werde ich jetzt mal eine Runde mit dem goldenen Kraken machen und da wollen wir mal gucken, ne? Medic-Support-Trapper und der Assault ist auch noch ein Bot, der Damage-Dealer ist ein Bot. Na, das kann ja schön werden, Leute. Ich denke, ihr hattet alle genug Zeit, um zu wetten, deswegen werde ich die Wetten dann jetzt auch schließen. Denn, äh, ich denke mal, es war mehr als genug Zeit, oder? Endlich, sagt Makimo. Ja, es hat ein bisschen gedauert, Leute, aber was lange währt, währt endlich gut. Hoffen wir mal, dass wir den richtig schön den Arsch aufreißen können. Anlauf statt Gleitgehl ist unser Motto heute. Der Camouflage Kraken. Ha, nicht ganz. Wenn so ein goldenes Stück Kraken am Himmel zieht, ist eigentlich schon ein bisschen auffällig, ne? So, der Medic kann sich nicht entscheiden. Oh, was soll ich nur spielen? Es gibt so viele Medics. Ah ja, ich nehme, wie nehme ich? Ah, ich nehme Rogue-Ville. Hehehe. Spasti. So, wir haben Maggie, wir haben Hank. Panell. Panell finde ich nicht ganz so gut. Obwohl er gegen den Kraken mit dem Raketenweifer natürlich nice one ist. Da wir gegen Maggie spielen, müssen wir auf jeden Fall auch, äh, ihr wisst, was ich meine, ne? Müssen wir auf jeden Fall auch einfach abhauen. Abhauen. Ne, ne, Grants, das ist dann für die die Sonne. Das kann natürlich auch sein, dass sie sich dann denken, wow. Der leuchtet so schön. Der ist aber hübsch. So, wir gehen hier hinten lang. So. Und jetzt können bitte gerne mal ein paar Viecher hier spawnen. Was ist da los? Wieso spawnt hier nichts? Da unter mir geht doch. Wir müssen ja schnabulieren hier. Oh. Ist nicht so schlimm. Haben wir noch ein bisschen was Neues zum schnabulieren gefunden. Also ich fürchte, dass die Jäger schon wieder hinter mir her sind. Sind die da schon gewesen? Ich hab sie nicht gesehen. Leute, seht ihr sie? Ich seh sie nicht. Wir sind gut dabei, ne? Ist er tot? Ne. Boah. Hab ich überhaupt nicht getroffen, scheinbar. Nein, jetzt kommt so ein hässlicher Boy und haut mich. Aber egal, wir evolfen dafür. Und kriegen danach sogar einen Buff, der da liegt. Oh, scheiße. Ich hab der sie gehört. Nein, das sind... Scheiße, das sind mehrere Viecher. Kacke. Ich muss ja sofort weg. Oh, fuck. Keine Ahnung, wo die Jäger sind. Glaub ich, ich hab sie hinter mir gehört. So, wir hauen ab, Leute. Alter, ich bin auf einem guten Wege zu Level 3 Evolve. Und, äh... Irgendwie... Da sind sie. Toll, aber... Der eine ist gerade schon fast down. Ich würde ihm eigentlich jetzt den Rest geben gern. Das ist der Trapper auch noch. So, tschau, Leute. I'm out of 4. Da ist der Tyrannen. Ne, doch nicht. Ist nicht der Tyrannen gewesen. Ah, die haben gegen die Daisies hier gekämpft. Okay. Gegen die Schnappmäuler. Okay, wir können die Wolfen. Aber, ganz ehrlich, ich würde noch mal gerne vor ein paar Strikes verteilen. So, Meister Luigi. Ich hab gehört, sie wollen sterben. Oh, warte, der Medic. So. Wir hauen ab. Und da oben drin die Wolfen dann. Okay, hier ist ja gar nichts los. Scheiße, ich dachte, ich kann hier noch ein bisschen Rüstung schnabulieren. Aber ich glaube, Leute, das ist eh der Win schon. Ich glaube nicht, dass die uns was entgegensetzen können. Wir haben die jetzt gerade schon auf Stufe 2. Hätten wir die, glaube ich, fertig machen können. So, ich habe jetzt leider gar keine Rüstung, fast. Wieso schleiche ich eigentlich? Äh, da ist einer. Ist aber nur ein Zweier. Boah, gar nicht getroffen. Da oben. Ach, da sind die. Fuck. Tja. Schön den Strike verschwendet, ihr Noobs. Und Grants ist far, far away. Okay, Leute. Grüßt euch, Leute. Grants hier. Scheiße, der ist da unter. Oh, okay. Hier ist aber viel. Oha, der Meister Luigi. Trapper Toad. So, der nächste ist der Medic. Dann die hässlige Daisy hier. Jetzt als nächstes schubsen wir ihn mal hier runter. Madic toad. So, was wollten sie nochmal von mir? Ja, Leute. Das ist gelaufen. Okay. Hab ich ihn erwischt? Nee. Okay. Okay, holen wir uns ein bisschen Rüstung. Und dann fehlt nur noch Hank. So, schnabulieren wir den auch noch. So, wenn Hank jetzt nicht zurückkommt, haben wir wohl gewonnen, ne? Oder wie lange dauert es noch, bis sie wieder da sind? Ich weiß nicht. Vielleicht auch nochmal ein geiler Endkampf jetzt. Ja, was heißt geil, also. In der richtige Fahrt sind die leider eh nicht gewesen. Hm, Hank ist wieder da. Das war's. Monster hat gewonnen, Leute. War jetzt nicht so wild. Muss man ganz ehrlich sagen. War nicht so schwer für uns. Hat aber Laune gemacht. Die haben mich sehr spät erst bekommen. Und ich weiß nicht, wie der eine den Strike bekommen hat. Die müssen irgendwie gegen Wildlife mal gekämpft haben. Und dann ein bisschen auf die Fresse bekommen haben. Ich werde auf jeden Fall die Wette beenden. Und, äh, 521 Boss-Taler gehen an den Domi. Und, äh, save for 20 Boss-Taler verloren. So, okay, Leute. Dann war das jetzt auf jeden Fall die letzte Runde bei Evolve. Und, äh, wir machen jetzt gleich ein bisschen...